Wollen Sie nicht wissen, warum die Sterne für Sie geflackert haben? Das hat Lara gespielt, bevor sie sich umgebracht hat. Deine Aufgabe ist es, das Rätsel dieser Welt zu lösen. Wenn einer von uns überlebt, überleben wir alle. Hinter allem steht irgendwer. Sie müssen nur suchen. Mein Lord, wir können euch helfen. Ich glaube, sie sind echt. Und sie kommen. Ich glaube, sie kommen. Vielen Dank.